Prinz Harry wird richtig intim, Sexnacht mit Meghahn. Schonungslos eiche Worte findet Prinz Harry, 38, in seinen Memoiren spare für die vielen Höhen und Tiefen in seinem Leben. Doch er macht auch kein Geheimnis mehr daraus, dass in der britischen Königsfamilie der Haussegen gewaltig schief hängt und schreibt offen über seine Gefühlslage. Das komplizierte Verhältnis zu Bruder Prinz William, 40, und seinem Vater König Charles, 74, sowie Stiefmutter Königin Camilla, 75, wird mehr als deutlich. Auch Catherine, Prinzessor Fales, 41, wird in dem Werk kritisiert doch auch sein eigenes Privatleben legt er der Öffentlichkeit dar und verrät. Wann und wie genau er seine Jungfräulichkeit verlor und dass er so wie Bruder William beschnitten seien. Ob wir all das wirklich wissen wollten, sei mal dahingestellt. Dass ein Royal über seinen und den Penis des künftigen Thronfolgers spricht, ist natürlich ziemlich unroyal und wohl auch nicht die feine englische Art.